Eine Frage, wie bekommt ein Mensch Macht über einem anderen, in dem er ihn bleiben lässt? Sehr richtig. Macht bedeutet auch Schmerz und Demütigung zu führen, darunter ist es noch nicht sicher. Macht heißt aber auch den menschlichen Geist zerlegen, den wir zusammensetzen, mit den neuen Formen, die wir selbst bestimmen. Macht ist kein Mittel zum Zweck, sie ist der Zweck. Alles noch nur werden wir dann nicht. Ich zerstöre deinen Geist, ich zerstöre deinen Körper, ich zerstöre deine Hoffnung, zerstöre dein Leben. Ich zerstöre deine Träume, zerstöre deine Freunde, zerstöre deine Welt, zerstöre dich. Macht ist kein Mittel zum Zweck, sie ist der Zweck. Alles noch nur werden wir dann nicht. Ich bin ein Zeiger, sie geht an und bin auf der Zeit, wie mir der Körper. Ich muss deine Hand nicht empfehlen, sie nimmt deine Macht nach alles ein Zeichen. Alles andere werden wir vernichten. Du hast mich gequält, hast dich so beim Macht, zeigst mir dein Liebes, ich zerstöre deine Macht. Ich schuze deine Tiere, sie sind der Welt, zerstöre dich. Du hast mich gequält, hast dich so beim Macht. Macht ist kein Mittel zum Zweck, sie ist der Zweck. Alles noch nur werden wir vernichten. Zerstöre deinen Geist, zerstöre deinen Körper, zerstöre deine Hoffnung, zerstöre dein Leben, zerstöre deine Träume, zerstöre deine Freunde, ich zerstöre deine Welt, zerstöre dich. Sie binden, dass mein Gesicht heilt und müde ist, dass ich während ich von Macht rede, überhaupt nicht in der Lage bin, den eigenen Verfall zu verhindern. Ihr werdet versachen, weil es unmöglich ist, weil Hass und Furcht kein Leben haben. Ist denn der Hass weniger stark als die Liebe? Etwas wird euch besiegen. Das Leben wird euch besiegen. Ihr kontrolliert das Leben. Der Mensch ist unendlich formbar. Ein Glänzen, wenn das werden sie erschaffen. Nach einem oder später werden sie euch in Stücke fassen. Was spricht dafür? Wenn sie ein Mensch sind, sind sie der letzte Mensch. Ihr Land ist ausgestorben. Wir sind die Erden. Das ist der letzte Mensch. Wenn sie ein Mensch sind, ist das die Menschheit. Sie können sich davon befreien, wie wir sie wollen. Es hängt nur von ihnen ab.